Boah, Alter, da winken sie, da hinten sind sie immer noch, haha, hallo. Ja, wir sind hier immer noch im fucking Stau seit zwei Stunden, Freunde. Ich hoffe, ihr habt wenigstens einen entspannten Sonntag. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und, äh, naja, wir machen das Beste draus, Freunde. Ich habe jetzt aus Langeweile einfach nochmal ein Video hochgeladen auf dem Felix-Blume-Kanal. Guckt euch das mal an, da seht ihr mal, wo meine ersten Rap-Gehversuche auch stattgefunden haben. Das ist immer noch eine ganz alte Hut von meiner Kindheit und so. Ja, hinter der Kamera wieder mal mein Stiefvater, der beste Kameramann der Welt. Ähm, ja, da machen wir das Beste draus. Freunde, euch trotzdem einen entspannten Sonntag. Bis später und zieht euch das Video rein. Peace!